Da draußen arbeiten Männer, die ein Recht darauf haben, die Wahrheit zu erfahren. Nichts weiter? Kein Wort? Von welcher Größenordnung reden wir? Das würde bedeuten, dass die gesamte Westküste Norwegens von einer massiven Ölpest betroffen wäre. Und es würde Jahrzehnte dauern, bis alle Schäden behoben sind. Wie viel Zeit haben wir noch? Da draußen sitzt ein Junge, der seinen Vater verlieren wird, weil sie nichts tun. Wir können davon ausgehen, dass der Erdrutsch größer sein wird, als das, was wir registriert haben. Und Sophia wollte wirklich dahin? Wir stehen vor einer gewaltigen Aufgabe. Keiner von uns ist darauf vorbereitet. Sieh! Stopp! Sophia! 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 Sophia!